Der kommt weit nach vorn. Go Bräune. Das ist Cristiano Ronaldo. Schlauernitz. Cristiano Ronaldo. Klasse durchgesteckt. Riesenmöglichkeit. Und er zieht ab. Das Wacke. Jawohl, Einwurf. Das ist Cristiano Ronaldo. Nein, so nicht. Und der Fernschuss. Drin, Dustin. Versuchen sie den Abschluss aus dieser Distanz. Vielleicht hätten sie versuchen sollen, diesen Angriff besser auszuspielen. Sie ist. Die lassen da aber auch gar nichts durch. Hartes Tackling, aber alles regulär. Nett wird. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Treffer. Super. Man kann nicht behaupten, dass sie sich auf ihrem Vorsprung ausruhen würden. wirklich ein schönes Ding. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Das ist ja der Wahnsinn. Heiliger Himmel. Die werden hier ja regelrecht geschreddert. Da war er voll auf der Höhe. der Ball zu Nettwirt. Ein Lupfer. Ja, warum denn nicht? Eliester. Spielt ab. Da ist die Chance. Jetzt drin, Dustin. Die spielen wie im Rausch. Die Fans. Davis hat versucht, den Ball durchzuspielen. Oh, das kann ins Auge gehen. Und jetzt, der, oh, Freunde, was für ein wunderbares Tor. Also man kann nicht behaupten, dass sie sich auf ihrem Vorsprung ausruhen würden. Also das Ding, das gucke ich mir in den nächsten Tagen noch einige Male an. Das hat er herrlich gemacht. Die Ballkontrolle stark, wie er sich den Ball vorliegt. Tempo Gegenstoß. Das ist Cristiano Ronaldo. Aubameyang. Mit dem guten Cristiano Ronaldo. Großartig vom Keeper. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine Fünf-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. De Bruyne. Und Renézau. Ich denke, dass sie sich das noch mal nehmen lassen. Lang nach vorn. Cafu. Und wieder Endstation. Dennis Belka. Er hält auf. Der Ball ist im Netz. Dieses Spiel ist lange entschieden. Aber du wünschst es nicht, dass sie hier computern wollen.